Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Lübcke, ich finde ehrlich gesagt, die Formulierung in Ihrem Antrag, vor allen Dingen die Formulierung, ich zitiere, so insicher waren die Menschen in NRW lange nicht mehr, ich finde solche eine Formulierung ehrlich gesagt grob fahrlässig, die Sie hier vornehmen. Grob fahrlässig deshalb, weil es jeglicher Grundlage entbehrt und auch keinem Faktencheck standhält. Nehmen wir doch diesen Faktencheck mal vor und gehen mal in die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2015 rein. Ja, es stimmt, die Straftaten sind insgesamt leicht gestiegen, um 1,1 Prozent. Aber wenn man sich die Straftaten anguckt, Straftaten gegen das Leben, also Mord, Totschlag, sind um 6,2 Prozent gesunken. Das ist der niedrigste Stand seit 20 Jahren. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind um 2,9 Prozent gesunken. Die Straßenkriminalität ist auf dem zweitniedrigsten Stand seit 1992. Und Sie reden hiervon, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen noch nie so unsicher waren. Das finde ich absolut unredlich. Und das finde ich nicht nur unredlich, das ist falsch, das schürt Ängste, das schürt Unsicherheit, das ist faktenfrei. Und ich finde, dass in der Kombination mit Zitaten in Ihrem Antrag, dass die Polizei funktionsunfähig sei, die Sicherheit nicht gewährleisten könnte, das finde ich nicht nur falsch, das spielt auch den Falschen in die Hände. Und bei aller klaren Benennung von Problemen, von Herausforderungen, die wir in der Innenpolitik haben, wo wir darüber diskutieren müssen, das ist Ihre Aufgabe als Opposition, das anzuzeigen. Und es ist auch unsere Aufgabe als Parlament, darüber zu diskutieren. Ja, das gestehe ich Ihnen zu. Ich finde, so einen Diskurs zu befeuern in einer aktuellen Situation, einen Diskurs darüber, dass angeblich der Rechtsstaat nicht handlungsfähig sei, dass das Gewaltmonopol nicht durchzusetzen sei, das finde ich ehrlich gesagt wirklich fahrlässig, das finde ich gefährlich. Und da würde ich Sie bitten, auch von so einem Populismus abzusehen, sondern wieder auf die Grundlage der Realität zurückzukommen. Ja, ich rede hier im Übrigen über die Realität, das wird mir ja hier reingerufen. Gucken Sie sich doch mal die polizeiliche Kriminalstatistik an. Ich habe Ihnen die Zahlen ja gerade hier auch vorgelesen, wie die Kriminalentwicklung ist. Und ich sage Ihnen ja natürlich, auch ich habe Sorgen, wenn ich mir anschaue, wie sich die Einbruchskriminalität weiterentwickelt. Das ist ja nicht so, als würde ich das wegreden wollen. Natürlich gucken wir da kritisch drauf und nehmen das mit Sorge auch wahr, dass es hier eine Steigerung gibt. Und deshalb, oder anders gesagt, ich finde es auch deshalb so wichtig, darüber zu reden, weil wir hier ja nicht nur über nackte Zahlen reden, über eine Steigerung der Eingriffskriminalität, sondern wir reden hier über Menschen, die Opfer werden von Einbrüchen, von Menschen, die zum Teil traumatische Erfahrungen machen, die einen Eingriff in ihre Privatsphäre erleben, die sich dort, wo sie sich am sichersten fühlen sollten zu Hause, dort in ihre Privatsphäre eingegriffen wird. Das nehmen wir sehr ernst das Thema und natürlich bereiten uns hier die Zahlen auf Sorgen. Aber ich finde, wenn man seriös über dieses Thema diskutieren will, und ich glaube, den Anspruch sollten wir hier alle im Parlament haben, da muss man sich Zahlen und Fakten anschauen, da muss man sich auch die Lage von Nordrhein-Westfalen nochmal anschauen. In Nordrhein-Westfalen befindet sich mit der Metropolregion Rhein-Ruhr die bevölkerungsreichste Region in Deutschland. Hier gibt es ein gut ausgebautes Autobahnnetz, was natürlich schnelle Fluchtwege, schnelle Reisewege ermöglicht. Und wir sind, Herr Wiesenbach, auch aufgrund unserer Struktur, aufgrund der Bevölkerungsdichte in unserem Bundesland, auch nicht mit anderen Flächenländern wie Bayern oder Baden-Württemberg so vergleichbar. Das finde ich unredlich, solche Vergleiche hier auch anzustellen. Und es ist auch nicht so, als würden wir nicht reagieren, als würde das Innenministerium nicht reagieren. Es gibt mit Motiv mobile Täter im Visier ein Programm, was für verbesserte Erkenntnislagen für einen Ermittlungsdruck gegen Intensiv- und Serientäter sorgt. Und dieses Konzeptmotiv wurde ja auch von der Innenministerkonferenz als Vorbild für andere Bundesländer genannt. Das nehme ich hier auch nochmal sozusagen als Vertrauensbeweis der Innenministerkonferenz wahr und als Lob, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Und auch im Bereich der Prävention, das tun Sie ja immer so ein Stück weit ab, aber ich finde, man muss auch über den Bereich der Prävention reden, wenn wir uns die Zahlen angucken und sehen, dass nach der polizeilichen Kriminalstatistik immerhin 43,7 Prozent der Einbrüche eben nicht gelingen, dass die im Versuchsstadium stehen bleiben, das finde ich wichtig. Und dieser Anteil des Versuchsanteils ist ja auch im Vergleich zum Vorjahr zu 2014 auch nochmal gestiegen. Und dieser Weg von Prävention, von Repression ist aus meiner Sicht hier auch der richtige. Und ich will nochmal sagen, auch an die Adresse der FDP, ist ja interessant, dass eine Partei, die sonst immer davon redet, dass wir einen schlanken Staat brauchen, Privatvorstaat, dass wir Sparen über alles stellen müssen, dass diese FDP an dieser Stelle sagt, wir hätten einen Personalmangel bei der Polizei. Den haben wir nicht. Und ich will ja auch nochmal klarstellen, die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist in der Lage, das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen und das macht sie auch. Wir stellen allein in diesem Jahr 1920 neue Polizeibeamtinnen und Beamte ein. Das ist ein Rekordwert an neuen Einstellungen, die wir hier machen. Und auch mit dem Nachtragshaushalt, der sich derzeit ja noch in der Beratung befindet, stellen wir Tarifbeschäftigte ein. Wir sorgen durch eine verlängerte Lebensarbeitszeit dafür, dass mehr Polizeibeamtinnen und Beamten auf der Straße zur Verfügung stehen, aber auch in den Kommissariaten im Bereich der Straßen- und Einbruchskriminalität. Ich finde, das sind die richtigen Ansätze, die wir hier gehen. Und die werden wir so auch weiter verfolgen. Herzlichen Dank. Applaus Applaus